Die heutige Knigge mit Volate und Juanita von der Tanzschule Hiele. Wird kommen auf den Ball und jetzt geht es natürlich ums Tanzen. Naja, es sind nicht alle vielleicht so tanzbegeistert, aber auch wenn wir uns auf der Tanzfläche befinden, dann nehmen wir uns nicht gerade wie ein Tanzrüppel, dann bewegen wir uns einfach natürlich, so natürlich wie möglich. Meine Herren, vielleicht auch drauf achten, wo haben wir unsere Hände? Es heißt, so circa Schulterblatthöhe, geht es weiter nach unten, dann vermeiden wir das lieber. Also nackte Haut, wenn möglich, nicht anfassen.